Und da ist wieder die Brücke! Das kann doch wohl nicht sein! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technical Overload, Hashtag Overwatch mit Korowai. Hallo Nephias, ich werde jetzt hier mit diesem Enderman zusammen hier unten meine Base aufbauen. So, so, so ernst? Hier bin ich immer lang gelaufen, dann laufe ich immer nach rechts und dann komme ich immer wieder hierher! Immer fucking wieder! Oder ich bin in der falschen Seite! Muss ich vielleicht hier rein? Aber hier geht's auch nicht lang! Wird Goro es schaffen! Ah, hier ist noch Eisen, das nehmen wir nochmal mit! Eisen? Ich habe jetzt über einen Stack Eisen! Sehr gut, ich brauche Eisen! Hast du auch Possetting Iron gefunden zufällig? Ich habe tatsächlich, äh, Silver und, äh, Yellow Red und Uran und Gold und Nickel und Lead und Tin und... Robbies und... Fuck, haben wir eine Enderperle? Saphire und Peridot und Redstone und, äh... Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Rubies hatte ich schon... Habe ich schon Cobblestone gesagt? Ne, habe ich nicht. Hier ist dunkel, hier war ich noch nicht, aber hier gibt's Gold. Ein Puzzletting Iron. Ich glaube, den habe ich bei den Dorfbewohnern gefunden, ne? Deswegen habe ich nur einen. Scheiße. Wo komme ich hier raus? Wo komme ich hier raus? Ist das die falsche Ecke? Ich muss nochmal rüber. Dann muss ich nochmal über die Brücke rüber. Genau. Und dann ist das die Seite hier. Und da geht's runter zu dem komischen Hanselbub. Und hier hinten... Slime da hinten. Ähm... Yep. So. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Und das ist ne Sackgasse. Nein. Das ist ne Sackgasse. Hier geht's runter. Äh, hier liegt die Kartoffel. Da bist du doch falsch, würde ich mal sagen. Hier geht's jetzt lang. Alter, der Slime, was will der denn von mir? Geh weg. Hier... Oh, 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 oh. Und da wird's wieder dunkel. Dann kann's da wieder auch nicht lang sein. Ist das Tinn? Aber man hat bei dem neuen Minecraft so einen Schlagwinkel, ne? Wo man mehrere mit treffen kann. Ja, genau. Du kannst irgendwie so einen Roundhouse-Schlag machen. Merke ich grad bei den Slimes, die mich hier angreifen. So. Da ging's nicht lang. Dann gehen wir mal hier lang. Eisen wär ganz nett so. Lebt meine Spitzhacker eigentlich noch, oder ist die auch schon tot? Äh, ich hab noch ein paar Schläge. Das ist im Übrigen Tag 882, Leute. Und da ist wieder die Brücke! Das kann doch wohl nicht sein! Wo muss ich denn lang? Oh, Goro kommt nie wieder da raus. Ich hol den Goro jetzt ab, Leute. Welche Taste war Map nochmal? Äh, Punkt. Punkt. Hall of Fame. Close. Kommt die bei dir jedes Mal? Ja. Das ist aber weird. Da muss ich jetzt lang hier. Da hoch. Dann... Oh, warte mal, warte mal. Bleib mal da stehen. Ich muss hier. Da muss ich rechts. Und wieder rechts, okay. Punkt. Okay, ich muss hier lang. Hier lang. Dann hier rechts. Da hoch. Da. Ach Mensch, guck mal. Das war ja gar nicht so schwer. Scheiß, wenn ich jetzt nicht runtergekommen wäre, wäre der hätte den Ausweg nie gefunden. Weißt du? Und ich laufe in den Folgen immer so durch die Höhle. Kommst zurück. Ja, ja, zack, bin zu Hause, weißt du? Und du so. Ähm. Komm hier nicht weg. Ich hab mal... Das ist halt echt keine Orientierung, Mann. Das ist unglaublich. Vorher machst du die Fackel doch immer rechts, oder nicht? Ich bin manchmal auch auf dem Boden. Der Mann, ey. Das... Setz den mal im Wald aus, ey. Der kommt nicht mehr zu Hause. Wie viel Eisen soll ich denn schmelzen jetzt? Alles ab in die Schmelze rein. Ist drin. Können wir uns auch Rüstungen bauen, wenn's zu viel ist. Ist so gut. Ist drin. Die 46 Ors hab ich noch. Ja, das sind... Übern Stack auf jeden Fall. Ähm. So. Hä? Ach so. Ich hab mal Kohle geholt. Äh, das hab ich tatsächlich auch. 28. 25. Ach, da hast du noch schon ne Kiste? Denk mal hier ne Kiste mit, äh, mit Ors hin. Die kommt hier hin dann. Ich kratz mal hier die ganzen Ors raus. Die noch in den Wänden sind. Äh, das hier vielleicht auch. Hm. So. Wir fangen natürlich auch wieder gut an mit Keine Ordnung in unseren Kisten. Ja. Aber das ist am Anfang auch. Wir müssen... Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaub, wir müssen Kometen suchen. Wir dafür die... Gibt's den Kompass? Meteor... Ah nein. Äh... Kompass. Nicht schreiben ist schon mal ne Option. Ja. Ah genau, da sind die Bienen hier. Meadow Drone... Ja, die hab ich da schon reingepackt. Meadow Princess. Das sind die einfachen. Und die Forest-Dinger gibt's auch noch mal. Hier sind Queen Bees. Ich hab rote und weiße Stöcke abgebaut. Ach guck mal hier. Weil die Queen Bees, das sind nämlich Palms Harvestcraft. Die können wir für nix gebrauchen. Ah, doch. Ja gut, da kannst du Honig mitmachen. Ja, da kannst du Honig mitmachen. Also normalen. Aber die kamen auch aus den... Ja, das ist halt das. Ich hab bis jetzt immer nur, äh, Bienenstöcke gesehen, die... Die Palms Harvestcraft waren. Deswegen hatte ich immer gedacht, dass das, äh... Nee, ich hab rote gefunden. Und wenn du da hingehst, bist du auch gestochen und so'n Scheiß. Ja, genau. Und dann gibt's noch Forest Bees. Diese müssten einen blauen Schimmer haben. Die müssten auch hier im Wald irgendwo sein. Da oben im Baum ist aber, glaub ich... Ja, das da müsste ne Palms Harvestcraft... Ja, das ist, glaub ich, Palms Harvestcraft. Das ist auf jeden Fall... Ist ja auf jeden Fall good to know, dass hier ein paar Bienen drin sind noch. Good to know for the Bees. Hey, die krassen Bees, Alter. Hepp. Ist das... Ah! Aua. Äh... Ähm... Was ist denn das Nächste eigentlich? Wir warten auf das Eisen, oder was? Eisen ist schon mal... Ist geschmolzen. Könnten wir uns Rüstung bauen? Sollen da ein bisschen Gold reintun? Werkzeuge. Und die Tool Forge. Warte, wir machen erst mal die Tool Forge. Ist Eisen unten, ja, ne? Äh, das Eisen ist tatsächlich unten, ja. Sehr gut. Sieben Blöcke, Mann. Das ist ganz schön... Ganz schön viel. Ja, und vier gehen jetzt schon weg für die Tool Forge. Ja, gut. Ich hab jetzt gerade auch nochmal vollgemacht mit Eisen... Äh... Or... Ach, da packst du die Ors rein. Perfekt. Ja, genau. Wir haben Ors hier alle reingeschnetzelt. Und dann, äh... Gucken wir mal. Kühl ab... Das kann man bestimmt beschleunigen, dass das schneller abkühlt. Eisblöcke drunter oder so. Pusten. Ist immer gut, in den Mikros zu pusten. Ja, ich hab hier einen... Ein Pop-Schutz. Ja, Tool Forge. Der brauchen basiert... Blöcke und eine Tool Station. Das ist ja kein Problem. Äh... Was wollt ich denn als nächstes machen jetzt? Jetzt bin ich ja... Äh... Einen haben wir. Jetzt bin ich überfragt hier. Wir haben auf jeden Fall gut viele Sachen... ...gefarmt in der... ...in der Höhle. Jaaa... Sand muss ich gleich nochmal holen. Ich denke mal, dass ich das hier Treppen mach. Man sieht das hier immer, wenn du hier Sachen drauflegst. Das find ich voll cool. Sind so Miniblöcke drauf. Ich seh genau, was du craftest. Kann dir voll zugucken. Voll nice. Voll nice. So... Wir haben ein paar Treppen, dann mach ich unten den Eingang erstmal. Damit wir uns noch nicht die ganze Zeit den Kopf stoßen. Das stößen die Köpfe. Der Kopf hier ist... Warte mal, ich geh mal schlafen. Ich will nämlich grad Sand holen. Ich geh mal Bier holen, Alter. Bier holen. Nehmen wir einfach den Sand hier. Copper brauchen wir auch, ne? Alles. Wir brauchen alles. Bronze musstest du ja auch mischen, ne? Für die Bienen. Was brauchst du nochmal? Du brauchst Bronze für den... Für den, äh... Weiß gar nicht mehr wie das heißt. Squeezer. Squeezer, genau. Für den Squeezer. Exqueezer. Exqueezer. Keine schmeckt so... Keine schmeckt gut. So wie dieser. Hashtag not sponsored. Finde ich vielleicht nicht. Haha. Ich hab hier dicke... Dicke Sponsoring mit Exqueezer. Achso. Oh, das ist scheiße. Sagt man nett. Oh, das ist doch Stil. Wieder nicht werbefreundlich. Ich hab echt viele Videos, die nicht werbefreundlich sind. Ich das mal so sagen darf. Ich noch nicht. Es wird noch kommen. Du hast noch gar keins, ne? Ja. Dann wird das auf jeden Fall kommen, ey. Ich hab über 6000 Videos. Das wär komisch, wenn nicht. Ich find's ja, also... Wenn wir mal Butterbuttlefische machen, dann find ich's ja nicht schlecht. Das System funktioniert doch nicht gerade. Ja. Nee, es funktioniert echt nicht. So. Und wenn man einfach nur sagen muss hier so und so, dann ist es ja okay. Oh. Wenn man das einfach berichtigen kann, dann find ich das gar nicht schlimm. Allerdings... Lässt sich das aktuell nicht so wirklich berichtigen. Nope. Das ist ganz schön... Ganz schön kackiges, wenn man sich das mal so... Kackiges, yes, yes, yes. Auf gut Deutsch sagen kann. Not sponsored. So ist richtig. Dann die und dann den. So. Hab die Tische mal in die richtige Reihenfolge gestellt. So. Du hattest doch hier das neue Shadows of Mordor gespielt auf der Gamescom, ne? Ja. Hattest du das alte denn auch gespielt? Ja, nicht lange, aber ich hab's gespielt. Okay. Habe ich auch ein Video zu hoch gelangt. Ja. Also das alte, oder was? Ja. Fandst du das alte denn geil? Es war cool, ja. Nur es ist halt so ein... Also es ist halt, wenn ich da kein LP zu mache, dann spiel ich die meistens nicht durch, weißt du? Dann spiel ich die so an und dann... Das spielst du also generell... Aber es war an sich, an sich ist das halt cool. Das ist ein cooles Spiel, das kannst du halt so... Das ist so ein Feierabendspielchen, finde ich. Ja, weil ich brauche aktuell wieder eins. Und ich hab den ersten Teil irgendwann auf Steam letztens für, keine Ahnung... Ja, was das jetzt gekostet hat hier halt, ne? Nicht viel auf jeden Fall. Das war ja mal irgendwann ein Angebot für 3 Euro oder sowas. Ja, ja, also klar, für 3 Euro lohnt sich das auch. Also das Neue ist aber... Ich glaub das Neue wird ein bisschen cooler, weil das Rivalensystem krasser wird. Aber ich wollte das alte dann jetzt halt mal anspielen quasi. Um mir so ein Feierabendspiel zu haben, ne? Das Problem ist, ich hab halt das erste... Aber alle die da gespielt haben, waren nicht so fit, muss ich mal sagen. Man hat am Anfang ordentlich auf den Sack bekommen. Weil eigentlich kannst du ja schleichen und wirst nicht erwischt. Ja. Weißt du, am Anfang weißt du halt nicht so, was kannst du machen. Da rennst du halt rein und dann hast du da 500 Gegner um dich herum. Und dann bist du in der Falle und dann denkst du dir, ja geil. Würdest du quasi sagen, wenn du jetzt das empfehlen müsstest, würdest du sagen, erst den ersten Teil wenigstens ein bisschen spielen, um den zweiten dann... Musst du nicht, glaub ich. Ich glaub, du kannst auch den zweiten direkt spielen. Aber ich denk mal, ich würd sagen, wenn du den ersten vorher spielst, schadet's nicht. Ne. Es schadet auf keinen Fall. Aber du musst nicht den ersten spielen, aber wenn du ihn eh spielen willst, dann tu es. Ich mein, das dauert ja noch, bis das kommt, ne? Ja, das dauert ja eben noch, das ist es ja, ne? Hast ja noch genug Zeit, eigentlich, so. So, ein bisschen, ein bisschen ist das ja noch, ein bisschen, ein bisschen Zeit. Ach, falsche P-Kicks. Haben wir also, also die Beehives gemacht, ja genau. Ja, was? Ja, ich wollte nur gucken, ob wir Honeycops haben. Comps, Comps, Honeycops. Aber die brauchst du, ne? Ja, ja, den hab ich gerade rausgenommen. Mach, fängst du an mit Bienen? Äh, du, ich guck mal, wie weit ich komm. Äh, so, Tools, Modifiers. Äh, Emerald, Zirk, Touch, Beheading. Auto Repair. Brauch Mending-Moss? Ach ne, Moment, das ist dort XP. Das ist nicht das Moss, was ich will. Äh, wait. Ähm. Machen wir das mal so. Gibt's kein Auto Repair mehr? Äh, das war doch mit dem, mit dem Moss, ne? Moss, ja. Gibt's nicht mehr. So. Es gibt nur noch Haste, Luck, Sharp, Diamond, Emerald, Silk Touch, Fortified, Reinforce, Beheading. Das ist jetzt da, wo die, wo die ersten Zuschauer aufschreien werden und sagen werden, oh mein Gott, dieser Nephias. Hate. Mending-Moss ist zum XP-Storn. Das ist nicht das, was ich will. Shulking. Das ist neu. Fins. Let's take a fish and strap it onto arrows. Man kann machen, dass man Pfeile unter Wasser so schießen kann, wie über Wasser. Das ist lustig. Okay. Ah, hier, guck mal, das sind die. Ah, nice. Nice, 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 nice. Gibt's nicht mehr. Haben wir ein paar Mossy-Beans noch rausgeholt, oder? Haben wir nice. Haben wir nice Mossy-Beans. Shit, hätt ich mal vorher geguckt. Dann hab ich jetzt halt ne Eisenpick. Ist ja jetzt kein Beinbruch, ne? Hätt ich jetzt schon gerne Autoreparierende, ne? Gibt's bestimmt. Nur anders. Ja, mit Batterien, mit Energie kannst du das machen, dass die sich dann auflädt und so. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Machen wir mal Diamond drauf. Mining-Level Obsidian. Genau, das will ich. So, hab ich nämlich nur einen Diamant verbraucht und hab trotzdem Diamond-Level hier. Müssen wir auch dem jetzt mal gucken, dass wir uns noch ein Portal bauen, ne? Ein Portal? Für die Hölle? Ja. Äh, ja, warte, pass auf. Ich baue mir jetzt einen Eimer. Ich hab, ich weiß nämlich, wo Lava ist. Ich hätte jetzt gesagt, das eilt nicht, aber ist halt good to have schon mal, ne? Ja, ja. Glowstone und so brauchen wir auch. Was ist denn das? Rise Seeds. Ne, das interessiert mich jetzt. Gibt es die Travelers Rüstung? Nein, gibt's nicht. Okay. Armor. Oh, es gibt den Quantum Suit. Oh, geil. Uh, Nanosuit gibt's auch. Oh, ha. War das nicht der, den wir nachher bei Engineers auch hatten? Das, die, ich, ich glaub, ja. Der Nanosuit ist auch der, den du programmieren kannst, ne? Womit, du meinst den Powersuit? Genau, der Powersuit. Ja, aber der Nanosuit, der ist, äh, der ist anders. Wo du dann auch gucken musst auf das Gewicht. Ja, ne, der Nanosuit ist anders. Nanosuit ist anders? Okay. Mit dem läufst du schnell, ich glaub, du kannst sogar fliegen, keine Ahnung. Ja, das kannst du mit dem anderen auch. Ja, aber ohne irgendwie krass, äh, irgendwie, äh, Komponenten bauen zu müssen. Der kann das einfach. Na gut, Fliegen im Technikprojekt ist aber auch nicht. Das, das Mindeste. Ah, und, oh. Ja. Das Mindeste ist es. Machen wir uns mal drei Eimer. Ich baue uns beiden mal ne, ne Brust, wenigstens. So. Reden wir jetzt normale Amor, oder? Erstmal ne Iron Chestplate. Ich baue nicht ne komplette Iron Rüstung, einfach nur ne Brust, damit wir ein bisschen Protection haben. Damit wir ne Creeper Explosion überleben, wenigstens. Das, äh, klingt nach ner, nach ner guten Sache. Ja. Kann ich da noch? Ja. Danke. Boop. So. Das find ich scheiße. So, warte mal. Machst du denn da, willst du da hinten ein Bienenimperium aufbauen? Äh, ja, entweder das, oder... So, ich nehm jetzt einmal. Halt wenigstens irgendwie nochmal neue, neue Ecke erschließen. So, und dann gehen wir zur Lava da in die Richtung. Und bauen mal Obsidian ab. Das ist nur ne Beta, wollte ich nochmal gesagt haben, Leute. Die Brücke wird noch schöner. Ne Beta. Ne Beta. Beta bis später, Peter. Bis später, Peter. Apropos... Ne? Bis später. Abschalt. Es ist schon wieder soweit. Ach, wer hat denn an der Uhr gedreht? Wer hat an der Uhr gedreht? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es? Das ist sein... Ist für heute wieder Schluss. Du heilige! Hilfe! Wieso ist eigentlich die meiste Action immer am Ende oder am Anfang der Folge? Angriff der Killerschleime! Ja, mich haben die auch alle angegriffen. Ich muss mir noch einen Schnitzel reinpfeifen. Noch während des Kampfes. Ja. Kurze erstes Pause. Halt! Stopp! Oh! Oh mein Gott! Ah! So, jetzt mal Ruhe hier im Puff. Gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft Technical Overload. Bis dahin. Ja. Hau da erst mal rein, ne? Tschüss. Hau da rein. Und das war das Problem. Okay. Ja.